So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist Freitag und seit Monaten habe ich kein XRP Update Video mehr gemacht. Deswegen habe ich mir heute Morgen mal, oder ist es mir mal in den Sinn gekommen, ich könnte mal wieder ein XRP Update Video machen und irgendwie habe ich Bock drauf. Deswegen herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Wir schauen uns mal an, was in den kleineren Timeframes jetzt zuletzt ein bisschen passiert ist, was in den größeren Timeframes passiert, wie auch möglicherweise meine neuen Nachkaufkurse. Da sind und was Trade-mäßig natürlich hier ein bisschen läuft. Newstechnisch brauchen wir uns hier erst einmal nichts machen, nachdem jetzt schon der Solana ETF kommen soll. Früher oder später wird auch ein XRP ETF kommen, auch wenn ich kein Fan davon bin. Aber gut, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Bevor wir jedoch starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch XRP kaufen wollt, könntet ihr das natürlich auch bei BingX machen. Dort trade ich, dort mache ich im Endeffekt alles, was ich euch hier auf diesem Kanal zeige. Und wenn ihr da schon registriert seid oder auch noch nicht, macht euch einen Account, schreibt eure User-ID unten in die Kommentare rein oder in die Telegram-Gruppe. Dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil, wo jede Woche ein paar Boni rausgehauen werden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei knapp 0 oder bei über 47 US-Dollar-Cent. Und ihr seht schon, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Timeframe. Seit dem 7. Juni hat sich hier nicht wirklich viel getan. Also die letzten drei Wochen ist es wirklich ruhig geworden. Wir hatten hier nochmal einen krassen Abverkauf, nachdem es hier auf 52 US-Dollar-Cent ein bisschen stagniert ist. Zeitwärtsphase vorher wieder. Dann kam dieser heftige Abverkauf in Richtung 45 US-Dollar-Cent. Und seitdem pendelt sich der Kurs hier ein bisschen ein. Um mal so ein größeres Bild zu kriegen, schauen wir uns mal den Daily-Timeframe hier mal ein bisschen genauer an. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern, die Abverkäufe, die wir jetzt die letzten Wochen und Monate hatten, ähneln sich meiner Meinung nach immer ziemlich genau oder gehen immer den gleichen Muster. Seitwärtsphase, dramatischer Abverkauf. Erstmal dann wieder leichter Anstieg. Seitwärtsphase, dramatischer Abverkauf mit riesen WIG. Und die können wir wirklich langsam mal hier zusammenzählen. Wir hatten hier einen großen Abverkauf, hier einen großen Abverkauf, hier auch wieder. Der dann wiederum durch einen anderen größeren Abverkauf wieder einen großen WIG erzeugt hat. Und das gleiche Beispiel hatten wir jetzt hier auch in den kleineren Timeframes. Also hier allein fünfmal die gleichen Muster, die wir immer wieder hatten bei XRP und die sich immer wieder ähneln. Also Seitwärtsphase, dann Abverkauf und dann geht meistens der nächste Abverkauf schon wieder los. Und das hinterlässt natürlich immer wieder diese riesigen Dochte, auf die ich immer wieder versuche auch bei XRP darauf hinzuweisen, dass man hier drauf achten sollte und danach auch ein bisschen seine Kaufentscheidungen richten sollte. Deswegen die letzten Monate überhaupt keine XRP gekauft, eher damals noch Verkauf, wo wir hier nochmal in den 70er Bereich waren. Oder wer sich noch daran erinnern kann, diesen Top-Boof, den wir hier oben hatten bei 88 US-Dollar Cent, wo ich in der Gruppe announced habe. Seitdem tut sich hier wirklich relativ wenig. Generell, der ganze Chart ist wie eingeschläfert. Alle seitwärts, alles konzentriert sich auf Solana, Meme-Coins oder wenn dann überhaupt noch Bitcoin oder Ethereum. XRP ist die Luft raus und das sehen wir nämlich auch ein bisschen hier am Volumen, was seit Monaten rückläufig ist. Seit März sehen wir hier keine starken Impulse mehr. Wenn es mal ein größerer Impuls ist, ist es ein Abverkaufsimpuls. Und seitdem geht das Volumen immer weiter in den Keller. Dann hatten wir ja noch die Hoffnung hier, okay, mit einem möglichen Ascending Triangle, also einem aufsteigenden Dreieck, was es hier noch gab. Aber auch da habe ich schon damals dazu gesagt, wir haben hier noch einen großen Wig und hier, diese sollte noch gefüllt werden, bevor wir hier eine nachhaltige Bewegung sehen. Und da bleibe ich auch erst einmal dabei, auf Daily-Sicht werden meine nächsten Kaufkurse erst wieder Richtung 43 bis 40 US-Dollar Cent sein. Und das ist nur eine von mehreren Kaufzonen, denn auch wenn es jetzt keiner hören will, die 0,30 da unten, auch hier haben wir noch einige Zonen, die es möglicherweise noch abzuholen gilt. Wäre natürlich, sage ich jetzt einfach mal für das gesamtmarktliche Bild, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen rausziehen und ein bisschen größer machen, wäre das überhaupt nicht bullisch, meiner Meinung nach. Weil wir dann aus diesem großen Kanal oder aufsteigenden Kanal sind wir sowieso schon ausgebrochen, je nachdem wie ihr diese Linie hier zieht, ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber dann wären wir hier wirklich komplett bodenlos nach unten und werden dann wahrscheinlich hier unten nochmal eine größere Seitwärtsphase zwischen 30 und 40 US-Dollar Cent starten. Es ist eine gute Akkumulationszone, kann aber für viele nochmal zum Leidwesen werden. Also nur darauf will ich jetzt mal darauf hinweisen, dass das hier unten einfach das Worst-Case-Szenario wäre, hier nochmal über Monate runter und dann möglicherweise nochmal einen Versuch Richtung 1 oder sogar 2 Dollar zu starten. Das ist so ein bisschen die langfristigen, die ich auf dem Schirm habe, aber das sind so die Haupt-Einkaufszonen, die für euch wahrscheinlich auch interessant sein sollten oder könntet. Für alle, die noch nicht in XRP investiert sind oder noch nachkaufen möchten. Ansonsten, wie gesagt, in den kleineren Timeframes, wenn wir jetzt hier zurück in den 4-Stunden-Timeframe reingehen, warte ich ehrlich gesagt hier noch ein bisschen drauf, dass wir uns zumindest mal diesen tieferen Wick hier unten nochmal holen für eine Long-Entscheidung. Risiko dabei ist halt dadurch, dass wir diesen sehr, sehr großen Docht hier unten noch haben, der auch sehr, sehr viel Volumen hier unten bietet. Auch dieser kleine und ihr habt, ich habt ja im Daily-Chart gesehen, das Volumen ist in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten hingegangen. Was nicht wirklich geil ist, was dazu führen kann, dass sobald wir hier diesen Wick hier holen, den wir am 7. Juni hier erstellt haben, dass es dann noch ein paar Liquidationen gibt, die uns dann sofort in Richtung hier 0,40 bringen. Wäre natürlich geil, um nochmal nachzukaufen. Trade-technisch macht es das natürlich ein bisschen schwerer, auch weil wir hier locker mal einen Bereich von 8% abdecken müssten. Also das heißt, wir dürften hier auf jeden Fall keine Limit-Order setzen, wir müssten hier wirklich warten, wie reagiert der Kurs hier drauf, wie schließen wir mit einer 1-Stunden- oder 4-Stunden-Candle, sehen wir, dass okay, dass langsam hier Volumen reinkommt oder wir ein bisschen mehr Support hier reinfinden. Dann sieht die ganze Sache gut aus, alles gut, dann können wir Long gehen. Ansonsten wäre ich ganz ehrlich eher dafür, dass wir hier unten erst in dem Bereich der 0,41 oder 0,42 dann eine Long-Position aufmachen. Würde natürlich auch vom Risk-Management deutlich, deutlich besser aussehen, wären wir nur noch bei 2% anstatt 8%. Wenn wir das jetzt nochmal mit den größeren Timeframes abdecken, müssten wir trotzdem noch ein bisschen tiefer gehen, auch hier in dem Bereich der 0,41 US-Dollar Sender, dann sehen wir auch schon, okay, 3%, das ist dann schon Maximum, wo ich hier an Trades rangehe normalerweise. Also da ein bisschen vorsichtig agieren, auch weil hier nochmal so eine kleine Ineffizienz ist hier in diesem Bereich, die noch nicht komplett gefüllt wurde. Also auch da ist noch ein bisschen Luft nach unten. Also ihr seht, die Trade-Entscheidungen extrem schwer, die Spot-Entscheidungen, die liegen fest, die liegen bei mir seit Monaten fest, die habe ich euch auch immer wieder gesagt. Aber Trade-technisch wird es hier echt meiner Meinung nach extrem schwer werden. Aber das ist so dieser gesamte Altcoin-Markt, wo man etwas aufpassen sollte derzeit. Ansonsten, News-technisch gibt es nichts, wir haben noch keinen XRP-ETF, ich warte noch auf die News, weil wenn jetzt Solana kommt, dann warte ich eigentlich nur noch heute oder morgen darauf, dass noch XRP kommt. Oder vielleicht kommt auch noch, keine Ahnung, irgendein Meme-Coin-Token als ETF. Wer weiß das schon heutzutage. Heute ist viel los. Ja, keine Ahnung. Ja, eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, würde mich auch mal interessieren, was ihr momentan von XRP haltet. Sagt ihr eher kaufen, eher whack oder was weiß ich was, schreibt es unten rein, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten, später kommt da noch Analyse bei Krypto-Guru zu Bitcoin, Ethereum raus und vielleicht werde ich noch ein anderes Video machen, wo ich mich noch ein bisschen auskotzen kann. Aber das weiß ich noch nicht so wirklich. Schauen wir einfach mal, weil Vorbereitung für den neuen Kanal, ihr habt es hier als erstes gehört, es kommt ein neuer Kanal noch zusätzlich, nicht mit Krypto, mit etwas anderem. Da arbeite ich momentan auch noch dran. Also, ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns dann, ja, wahrscheinlich morgen wieder. Zu aber einem Bitcoin und ETF-Room-Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.